ich werde ziemlich oft gefragt wurde man nie war das blinkrelais und jetzt mal hier am turnbrett ausgebaut das ist ein renkrad kombi instrument und das dritte da das das schwarze kessel mit dem weißen mit dem weißen stecker unten dran das ist das blinkrelais früher waren da oben an der verschraubung noch jede menge wichtige kabel befestigt die findet man mittlerweile dann eher hier vorne hier ist diese verstrebungen da unten da sind massekabel fest wenn die schraube locker ist da die maße nicht in ordnung ist gibt es auch ganz lustige sachen das ist hier ein ziemlich neuer und die etwas älteren haben das blinkrelais ein stückweite größer aber es ist allen gleich hier unten ist ein sechsfach stecker der nur vierfach belegt ist daran erkennt das todsicher und das wird genauso blinkrelais beim nie war ganz simple sache